Und das bedeutet, wir sind wieder live mit wunderschönen Zelda Vs of the Kingdom. Ist das nicht schön? So, das bedeutet, warum kann ich mich jetzt nicht rumschalten? Ne, das ist auch gar nicht das Streamball. Lull. So. Wir sind aber wieder live mit unserem wunderschönen Zelda Theotica. Dann gucken wir mal, was wir heute so für Abenteuer erleben werden. Ne, ich hab auch mal gerückt. Ich bin auch wieder mal gespannt. Ja, stimmt schon, was cool ist an Erleben. Aber mal go-looki-looki machen. So, haben wir mal einen Twitch, dann haben wir. Gute. So eine Luffy machen. Oh, ich will da nicht weggehen. Hier ist wieder so eine schöne Stelle hier, wo wir sind. Wo wollte ich eigentlich hin? Ja, so ein weiter Crocs wäre ich definitiv nicht. Wir können aber wieder ein bisschen in den Untergrund gehen, ne? Wenn wir uns ein paar Öerlichter haben, oder? Wenn wir dann uns verraten können, wo sein Bruder ist und warum wir wieder 80 Quadrieren Öerlichter. Ich glaube, wir werden das nächste Finstern-Ding bekommen können. Aber das ist eigentlich so eine Quine. Aber jetzt drehen wir hin. Ja, das machen wir. Vielleicht nicht goldene Herzen gestern noch. Naja. Wo waren viele Öerlichter. Hey, die sind ja nicht mehr. Hi, was geht ab bei euch? Sei jung, ich komme sofort zu euch. Kleine Reise, ne? Böse. Keine Ausdauer. Wow. Nicht auf ihn. Auf ihn. Aber kämpfen die sich jetzt henseitig? Ne. Was können die? War das ihr Knusper? Kämpft er jetzt hin? Ja. Ja. Oh mein Gott. Macht er. Jo. Das ist ja super. Wie so super ist der? Ja. Geil. Oh, die bekämpfen sich gegenseitig. Genau. Oh ne, doch. Keine Ausdauer. Kleiner hat gesiegt. Naja, ich habe super super Obst dabei, aber... Ne, mein Königs Schwert. Der ist wohl weg. Ne, mein Königs Schwert. Wir sind hier. Wir sind hier. Das ist so rum. Lungernis. Wer ist vor ihr bei euch? Langweilig. Ich muss sagen, aber ich brauch... Ich brauch Pfeile. Gehen wir, wir gehen wir. Wir arbeiten an ein paar Stelle ab, weil Terriat immer Pfeile. los er hat Was ist nun da jetzt für eine Mission? Meine kleinen gefliederten Freunde, es will schon auf etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Einige Stammgäste... Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu weit weg vom Mikrofon. Äh, naja, egal. Einige Stammgäste mit Reservierung werden schon seit geraumer, geraumer Zeit im Stall erwartet und sind aber auch nicht angekommen. Und zwar geht es um den Koch, ja, Godric. Er wollte sich mit den Gästen treffen, um ein Rezept von ihnen zu lernen, das sie von Prinzessin selber persönlich erhielten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Godric schien die ganze Zeit so da und hält auch schon nach den Gästen. Tja, hier ist also meine Gruppe Gäste, die sich Zeit lässt. Nein, etwas muss ihre Pläne durchkreuzt haben. Und die Tatsache, dass es trotzdem von meinem Weißen selber persönlich stammt, hat vielleicht mal auch etwas damit zu tun. Das ist nun aber alles nur Geschwitzer, da sollte man einmal nachpicken. Was soll ich mit Ehren dazu sagen? Ach, die lieben die miteinander? Ganz ruhig, sind nah. Schön, dass sie nah sind. Und wer bist du? Die haben schon... Die haben auch gar nicht erkundet. Naja, muss nicht schützen. Irgendwas. Felder. So ein Kinderschwert. Hier stimmt doch etwas nicht, Pargo. Sind die anderen, sie hätten doch längst über die Rücke da kommen müssen. Oh... Ah, du bist ein Gast. Wenn du was zum Stall zu reden hast, wende dich einfach an die Rezeption. Du musst hierbleiben, um einiges zu begrüßen, um die Reservoirs bei uns gebucht haben. Aber sie sind jetzt schon so lange überfällig und auch immer nicht aufgetaucht. Wenn sie bei unserem Stall Haut machen, bekommen sie unsere Otto-Brücke da hinten. Halt machen. Kommen sie bei dir auf der Brücke da drüben, okay? Also halte ich von hier aus nach ihnen ausschauen und hoffe, sie jedenfalls spielen zu können, das ist ein Monster oder so. Lassen Sie mal eine Gruppe von Feinschmeckern und den Kochpaus. Von ihnen kann man immer noch das lernen. Immer wollten sie mir sogar einzeln von seiner eigenen Rezeption beibringen, Rezepten beibringen. Ja, vielleicht haben Paus und die anderen Zelte entlassen sich auf jeden Weg hinterher Zeit. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Dann gucken wir mal gleich nach da. Wir haben rumgefallen. Das wäre ja auch mal ein Abenteuer. Das wäre nur noch so im Trasso. Das ist so. Das Ding darf jetzt ja... ...blatt verblüben werden. Ja, alles. Kann ich das dann auch optimisieren? Oh, was dann noch? Oh, was dann noch? Alles. Dann würde ich mal was rausprobieren. Dann mal Glück machen wir das eventuell gut. Und dann auch so. Oh, und dann kommt da noch ein Schwert hin. Ja, das nicht. Ja. Wo ich das kriegen würde. Ja, wo ist das Schwert hin? Was ist das Schwert hin? Ich bin aber beschwunden. Lol. Naja. Soll ich nicht. Guck mal was aus. Nee, geht leider nicht. Schade. Hättet ihr sein können. Das wäre was. Ne, warum rum? Wirklich was Spektakuläres. So, dann gehen wir mal auf die... Nein, gehen wir noch nicht, weil ich will Pfeile haben. Und Terry. Schutz von der Frau. Oha. Die sind der Terry. 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 Pfeile. Pfeile. Gib mir alle deine Pfeile. Und gib mir noch mal all deine Pfeile. Ja, das brauch ich nicht. Jetzt habe ich... Siebenundfünfziehen. Das geht immer noch nix, ey. Ja, auf die Autobrücke. Ich hätte hier in der Nähe sein, ne? Ist das die Autobrücke? Keine Ahnung. Mauersee, probiere. Ich vermute mal, wenn du da hinhin guckst. Was die Autobrücke ist. Ne, war da gerade ein... Oh, da ist ein Monster. Da ist immer noch keiner Geist. Ja, das ist die. Okay. Da sind welche. Wir müssen los mit euch. Ah, nee, das ist aber euer. Aber das sind gar keine Menschen. Das sind nur er. Sind wir von der Brücke gefallen? Das wär's. Hm. Da steht in so einem Tagebuch. Das Hausauts, ich hab's ein größer Gelegenheit im Stall übernachten. Aber ich werde aber nix machen. Ich hoffe. Das kann man nicht wegnehmen. Okay, schade. Da muss man wahrscheinlich... Ja, sind die da? Oh, ich hab's geschrieben. Ja, den hab ich schon. Verdammt. Ah, die Schokolade. Oh, doch da... Nee, da ist ein Monster. Das war kein so guter Überraschungs-Moment. Nee, ich hab's geschrieben. Ja, w tastes guter. Dei hat eine V. Ja. Das war's. oh reise schwer warum kann ich damit das maß verspürt auf 5 macht au nein hör auf zu klust an Au! Tschüss. Tschüss. Halsweiler. Da oben lebt ja noch jemand. Bleiben wir noch Gefieder. Oh, aber Holzpfeiler. Geil. Oh, 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 oh. Tschüss. Oh, ne. Jetzt kommt er ein bisschen fliegt, aber es fliegt überhaupt nichts, oder? So. Königsschwert, ja an dem Punkt. Vielleicht instant das Reiseschwert hier wegballern. Nein, nicht ans Master Schwert! Ah. Ah. Das ist wirklich ein Master Schwert. Uff. Schau mal weg. Ich glaube, wir wollen nicht weggehen. Wo sind jetzt die Geys? Wir sind keine Geys. Eine Spurfolgen. Werd ich sogar. Hey. Bist du einer der Gäste? Bist du einer der Gäste? Du wirst vermisst. Wenn du einer der Gäste bist. Hm. Was ist das? Sie ist wichtig. Hi. Oh, guten Abend. Also Modus, Athenus hier gerade der letzte Schrei. Das ist unglaublich, was der richtige Stil bewirken kann. Mit heller und bunter Kleidung zum Beispiel fühlt man sich gleich viel positiver und kraftvoller. Ich bin auch eher ängstlich. Aber nachdem ich mein Ziel gefunden hatte, hat sich alles geändert. Ich würde dir empfehlen, erst mal nach Athenus zu reisen. Das ist ein Dorf am Rand von der Blute. Eine Region im Südosten von High West, also nicht direkt um die Ecke. Aber ich bin sicher, dass ein Besuch dort dein Leben verändern könnte. War Schmaldor. Das ist der Stall. Das ist der Stall. Verdammt. Aber das ist ein anderer Stall. Ne, das ist gar nicht ein anderer Stall. Das ist der gleiche Stall. Das ist der gleiche Stall. Ich hab nichts gesagt. Ja, wenn wir manchmal hier sind. Oh, nicht. Dann einfach. Wir holen also ein bisschen nervig an die Mission da. Hm, 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 hm. Ich spiele. Ach, Max Exen habe ich nicht, ne? Verdammt. Ein paar freie Spieße. Eine Hauptnahrung, BOTW. Und anscheinend jetzt auch Salatio. Hab ich jetzt noch vier genommen? Verdammt. Was will das denn gebt hier? Ach, das ist auch Edelwild durch gerade. Hoppala. Was ist kein Foto? Ich bin voll in einer Apfel, wenn ich den jetzt noch koche. Irgendwie mehr. Lief zu sein. Ich würde einen normaler bei diesen A gegeben. Na, ich ping's einfach nur normal. So, jetzt sollte der einfach nur normal sein. Crazy, yo. Goldämpfe sind OP. Mal schauen, was passiert. Au. Okay. Ich glaube, ich habe meine Goldämpfe gewastet. Hat er gerade einen Beispiel mit Filzen gegeben? Nee, hat er nicht. Okay, wollte schon sagen. Was zur Hölle. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mir probiert, noch einen Moment an den Report. Oh, der Fall verdammt. Na, da hat er noch was zu sagen. Das kann doch nicht was sein. Okay, nochmal mit dem Pews. Wo ist denn der? Aber wo ist denn der? Okay. Manchmal soll er noch auf einem Weg hierher sein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Hmm. Okay, wir werden nicht zusammen. Oh, das war doch. Oh, nein. Nimm mich an. Okay. 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 Ich muss die anderen Seite noch längst bei der Brücke kommen müssen. Ich bin schon so lange immer fertig, ich hab noch mehr aufgetaucht. Ja, der war eine Atterbrücke, ja. Ich muss nicht mehr rufen. Ich muss nicht auf den Weg jetzt Zeit, das kann doch hier sein. Aber wo kommen die denn? Wo kommen die denn? Da ist die große Frage, was sagt ihr das? Wir sind ja aber zu beschweren und wollen, dass wir unbedingt hier einbringen. Innen wird aber nichts geschossen sein. Wenn wir mal stellen, haben wir mal, kommen sie mal in der Autopoppelle da hinten. Ja, welche Seite kommen denn von dort? Ja, ich glaub, ja doch, denken... Ja doch, die müssen ja laufen, latschen bei der Brücke, also wir werden nicht von dort kommen. Ich weiß ja, sonst hätte es keinen Sinn, wenn die über die Brücke latschen. Dann geh zu deinem Freund. Dann gehen wir mal den Weg entlang und schauen, ob wir ihn finden. Mal Lucky Lucky. Eventuell finden wir ja ein Zelt. Ah, da ist der Dirt schon wieder. Ah, da ist der Dirt schon wieder. Ja, da ist der Dirt auf ihn. Hebeautomaten. Wollen wir den Weg mal und schauen, ob wir jemanden finden. Das ist ein Zelt. Seid ihr die geistliche Suche? Seid ihr die geistliche Suche? Das ist nur eine Sport-Exe. Keine Macht-Exe. Wo kann man den Max-Exe finden? Wo ist hier ein... Na ja. Oh mein Mann. Hilfe. Auch Essen. Prinzessin Zelda-Gericht. Wer war das? Wer hat Monster-Fleisch reingetan? Ach, sollte das nicht Wildfleisch sein? Erste Regel. Feinschwerfeuer immer den Rezept. Oh nein, haben sie nicht gemacht. Wild-Reis-Rezept auf Prinzessin Zelda. Wild-Hyrule-Reis-Steinsalz. Kein anderes Falsch als Wild verwenden. Kein anderes Falsch als Wild verwenden. Davon wahrscheinlich gar nichts mehr. Das darf ja aufgehen. Auch Steinsalz. Äh, Steinsalz wirklich schon alles verprasselt. Noch anderen Stuff. Verdammt. Was brauche ich noch? Ich habe einen Screenshot gemacht. Reul-Reis. Oh, ich habe Reul-Reis. Ich glaube das ist das, was ich eventuell haben könnte. Ich glaube auch den habe ich aber nicht. Und wo habe ich Reul-Reis bekommen? Ich habe ihn bei den Prox immer gekauft. Und durchaus sein. Also Edelwild. Ich muss normale Wild nutzen. Eben. 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 Und öffens worden. Wann bin ich hingegen? Ich habe ihn eigentlich nicht gesehen. Da habe ich ihn sehr wohl gesehen. Tschüss. Vergehen wir mal zu nächsten Stell hier. Ja wir brauchen Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. So. Das ist ein Warnspender, so näher. Harry? Wo bist du denn? Harry? Harry? Ich nehme alle deine Pfeile. Und ich nehme erneut alle deine Pfeile. Ich möchte etwas verkaufen. Wie zum Beispiel... Boah, vielleicht das ist 109 wert. Was? Aber ich würde mein Essen eigentlich ungern verkaufen. Warum ist die hier 78 wert, aber die 104? Kann mir das mal jemand akkrieren, obwohl es genau gleich Effekt hat. 3s Max Heilung plus 5. Warum ist das hier mit der plus 4 mit 224 und die hier 58? Was ist denn das? Hä? Und die hier... Ach ne, das ist auch eine scharfe Medizin. Das ist die ich nicht brauche. Yay! Hm. Ja, der Reihe nach. Gleichsam brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche... Ja, ja... Brauche ich... Brauche ich, brauche ich, brauche ich. Ja, ja... Ja, ja... Hoho... Benötige kein Wasser. Was ist das unnötig. Also dann haben wir auch noch... Dingsterbumster, die mal was da gibt. Ja, genau, was du willst. Okay, Feuer brauche ich. Elektro habe ich eigentlich auch. Ich meine anders bei genauer Überlegung. Oh, ja, ich habe auch kein Kraftbüro. Wissenrichtung, glaube ich. Einfremd ist immer geil, deswegen behalte ich das. Einfremd ist geil, behalte ich. Das ist auch ganz nett. Eis behalte ich. Funkelfrucht. Ja, behalte ich erst mal Schilly auch. Ob den Horn. 38 Mal. Nee, braver kaufen. So, keine Ahnung. Elektrofehler weiß. Elektromedizin, kann ich aber erst Elektromedizin machen. Da ist ein kleiner Strom. Oh, nee, das ist sehr selten, angeblich. Fall behalte ich. Mob den Hauer, werde ich sowas mit verkaufen. Traumscheine werde ich behalten. Hobelnherz auch. Zitterfrucht. Behalte ich, glaube ich. Satterling auch. Grimmelspils auch. Glückknochen auch. Elektroespanon auch. Ja, okay. So, jetzt kaufe ich aber deine... Oh, jetzt magst du die Ächsen. Yo. Immer noch magst du die Ächsen, weil die sind okay. Maxi Ächsen, ist halt echt super. Riesen sweet. So, gehen wir mal in den Untergrund zu... Was habe ich da? Medallion, Medallion. Mal gucken, was wir da haben. Ach so, wir sind hier. Okay, ich weiß genau, warum das hier ist. Weil hier haben wir... Das will ich nicht nochmal versuchen. Nie, 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 du. Oh, ja, der war super kompliziert. Oh mein Gott. Ja, Firetumbl war irgendwie nicht. Oh Gott, hier ist Binnengefahren, ne? Ja. Warum ist die Ächsen, mit der Medallion? Ah, das ist ne Magiestatua. Ne Magiestatua, meine ich ja. Ich muss noch ein bisschen was machen. Oh, besser machen. Ah, ne, aber hier haben wir ja nichts. Das ist der Oberstab. Ich kann auch nicht erkrauft. Wir machen das gleiche, okay. Ich weiß auch, dass irgendwo super viele waren. Wir machen das gleiche, okay. Awu. Michkonstruk? Na. Rücken. Ah, hier war schon eine, ne? Weißer-Tempel. Vermutlich. Hm, 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 hm. So, direkt über mir kann das sein? Oh ja, hier waren viele. Na, ich glaube, das geht mir dann nach einer Zeit. Ich will das dann. Vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht, dass ich irgendwo sogar ein Ding, das nicht gibt. Meine ja. Aber wo? Das weiß ich leider nicht mehr. Na ja. Okay. Meine ja, meine ja, meine ja. Meine ja. So, ist der Himmel schon noch gewährt? Ich nicht. Ich meine nicht. Genau dich. Nein. Jetzt müssen wir den ja mal hinladen. Dann sind mehr Irrlichter. Oh yes. Wir haben ja vielleicht schon die 100. Oho. Na trotzdem ist mir ein. No Florni, was ist das denn hier jetzt? Wir müssen mal rüber. Wir sind die Irrlichter. Wir haben die 100. Wahnsinnigste Magikstatue erleben lassen. Yes. Wir sind die Irrlichter. Wir werden super schnell. Wir brauchen wahrscheinlich das nächste Dings dann auch super viel. ne? Na, wie aus machen wir? Muss ich mal ein Dings? Ja. Ja, irgendwie. Ja. Komm ich da rüber? Auf. Ich hab doch da bei den Gegnern keinen Überlichter sind. Oh nee, das ist da oben, ne? Hier ist genug Überlichter, was? Oh, ja schau. Oh nee, Lava? Wann geht hier wo? Was ist denn das jetzt hier? Ah nee, ist doch einfach ein Lava. Ah nee, da hinten ist aber Lava eigentlich. Als ob. Ja, ist doch ein Miasma. Ja, ist doch ein Miasma. Ja, ist doch ein Miasma. Ein Miasma kann auch gefährlich sein. Wem schwimme ich zu? Kann ich den Sprung machen? Nein, will ich nicht. Oder? Wann hab ich da hin? Das läuft jetzt ganz oben in der Oberfläche. Ne, tue ich nicht. Ich bin ganz anders. Wo bin ich? Und wo ist Torem? Mit Torem meine ich? Nicht. Muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Da hinten, ich seh's. Kann ich irgendwo stehen? Ja. Oh, aber warum ist da überall Lava? Ja. Was ist das denn? Oh, mein Miasma. Ist ja mir hier. Was ist denn da so ein Zunamium? Ja. Was ist denn da so ein Zunamium? Ja. Ich muss das Ding schon machen. Ja. Hm. Wie ist denn da so ein Zunamium? Ja. So. Eine neue Wurzel. Wunderschön. Jo, wie viel. Wo das hier ist. Egal. So. Dann. Gucken wir mal, wo die nächste Magierstatue ist. Egal. gäbe ich halt. Dann tü… Kann ich dann eigentlich schon. Wenn Er ist. Nein, Vampireide muss ich das bei ihm, in den Fall nicht, er istçãolich vor allem некörselegen, bevor er bei ihm neue Sachen kaufen kann, oder? Mache, Vermutung. Nimm äh. Um, 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 um. Um, 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 um. Hutt! Das ist ja. Dema. Das ist ja nicht so, dass ich es. Bei dem...ja, ok. Ich will daraus wissen. Ne, ich muss erst den 9 vierteln, ok. Oh. Muss man noch ein bisschen latschen. So, bisschen gelatscht werden. Mhm. 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 Ja, das ist jetzt unvorteilhaft. Apropos unvorteilhaft. Interessant. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich komme da nicht ganz durch, oder? Oh, das ist das hier. Oh, das ist das hier. Ja, das ist das Marcel. Ja, wir müssen das hier wieder anfangen. Ja, wir müssen das nicht wieder anfangen. Ich bin ein wenig. Wir nehmen es noch diehams, oder? Bist du nicht? Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Mauen sie aufm Weg. Suchen sie. Magier-Statuer. Aber die ist ja schon hier irgendwo. Warum sind wir so gut versteckt? Wo er Quelle des Mondes ist? Da wo? Autsch. Ach nee, du. Komm schon. Bau dich auf. Meine Ecke, die nicht ausreichend sind. Das ist ein Schwachsinn. Echt aus. Ja, ich glaube. Was ist denn? Ja? Ja, was? Ja, wo ist denn die? Wo ist der? Das muss hier irgendwo sein. Nein. Nein. Oh Gott, ich habe keine Energie. Auge. Auf und das Rutschen. Ganz unten. Auf und das Rutschenruf. Ob ich da keinen... Ob ich da nicht... ... ... ... Wo immer... Au. Leil. Oh, sollte ich mal ein wenig Geduld? Ja. Dunkelkapuze. Wo ist denn Dunkelkapuze? Ah ja, 300! 300! Ja, okay. Okay, aber mir ist nur Schurzmoment. Jo. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber dann brauche ich die gar nicht. Brauche ich die gar nicht, weil die gibt mir ja gar keinen... ...den ersten Mal Schurz. Mein selbstbestattet und tauscht gegen irgendwelche Alkose, die an einer Schattengeburt sind. Wann sie, ne? Die Augen, das drehen sich leicht in einem dunklen Rot. What? Brauche ich die ja gar nicht. Das war jetzt mal wieder 100 für seinen nächsten Bruder, ne? Ja. 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 Träfisch. N zar. Ja. ihr mir erholen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö.